Ich kann nichts machen, mach die mal. Ich kann mein Appet nicht benutzen. Hey, was ist los? Ich kann drei nicht machen. Ja, was ist denn da los? Sorry, du musst den Truck durchsuchen. Mit der Truck doch gerade, was ist der, würde ich suchen. Ja. Und? Ah, jetzt geht's. Mach mal Drogen-Test. Drogen-Test. Dann müsste er seinen Lappen los. Tommy, hast du geguckt oder habt ihr halt besprochen wegen dem Skin, die ich den geschickt habe? Nee, ne? Hast du Drogen-Test gemacht? Loll. Machst du hier vorne sitzen. Was habt ihr halt besprochen, Tobias? Guck mal. Wie wär's jetzt mit? Das, cool. Skin? Hast du dein, äh, Skin nicht angesprochen, ne? Gerade. Werde nie dabei sein. Er war doch Snoop Max, der kann den auch vorschlagen. Warte, Tom. Warte, Tom. Krieg ich denn, Franz-Gem. Ist denn bei dir auch so leise, Tommi? Deine Eltern am Schlafen? Äh. Das mach ich, ey. Das mach ich, ey. Der hat Weste. Oh, süß. Fahrruf. I feel so awake, oder? Er hat gebremst, ganz stark. Ich werde verrückt. Darf ich provozieren? Ja. Können die in ihren Tautruck auch Dings machen? Wie dann so? Ja, ne? Ja, ja. Der wird die Beschwerde machen. Hä? Der wird bestimmt eh eine Beschwerde machen. Kann er doch machen. Ich hab, äh, Sirene an. Aha, ich schmeiß das wie Dirk. Jetzt darf ich ihm geben, ne? Hallo. Hallo. Sicher, dass es nicht Slash-Dinger ist? Scheißegal. Er hat keine Wüte. Drogentest, gell? Soll ich mal Personenkontrolle mit ihm machen? Soll ich mal Personenkontrolle mit ihm machen? Marry, ich hab ihm zweimal vorgemacht, dass er noch ein Fahrzeug öffnen. Ja. Er hat geöffnet, hör auf. Ne, er hat wieder geschlossen. Ne, er hat wieder geschlossen. Der fehlt zur Ergerung. Die meiner? Es, äh... Marry, ich guck mal, ob das Auto auf ist. Lattie, Eifrost und Volker. Ja. Ja. Warum? Ne. 9 Gramm Kratom. Ja. Ja. Ne, dieser Ron. Sicherlich, Mann. Ne. Erstmal Test machen. Ticket 15. Ticket 15. Sitz legaler Drogen. Nein. Und für Befetzerweiter eigentlich auch noch, ne? Ne, du hast es schon gegeben. Also, äh, und was? Soll ich die Festerei auch noch geben? Ja, ne? Festerei übern Ticket? Ja, ja. Okay. Wow! So. Test 15 Bogen. Ich würde ihn jetzt gerne einfach mal ins Auto ziehen, in eine Ecke bringen. Megatron, sorry. Screen? Jetzt zu... Ayubis hat ein 800er-Tapel. Er ist bezahlt. Können wir einen erklären? Oh, ich krieg... Ey! Das ist auf Stream... Äh, das ist auf Video, Tommy. Dafür das. Dafür das?